so wir sind zurück neue runde umori kurzen stream habe ich noch heute abend danach wird erstmal pause sein weil ende des urlaubs dann wird es nur noch wochenend streams geben so ich glaube wir haben diesen diesen bereich einmal schon abgesucht nur da noch nicht und dort oben immer ein und nicht wieder rausgehen so die finden sich lustig okay ich glaube ich muss die latschen ein bisschen unterdrehen ist zumindest bei mir zu lang hat das wahrscheinlich zu leise ja so was man ok ok die reden auch nur mit denen ähm geht es hier wohl nicht weiter müssen wir irgendwo oben rein können wir hier rein auf keine idee ein weak point on its head ok kärl macht es schon ok kärl kann sachen schmeißen gut gut genau die fotos sind echt süß aber bei uns erstmal hier kärl kann nochmal mit wünchen da oben und dann noch zwei mixtapes die wir oh das sieht portaboc was ist portaboc ok ok das ding fliegt ich bin gespannt wie das teil heißt shark plane hoffentlich kommt es nicht in den sharknado aaah ok entschuldigung ähm ja alle drauf oder ich bin ich bin den immer noch gut wenige speed auf vielleicht schon viel schaden genommen ok halb das kriegen wir ja hin sehr leicht nervös bei also neuen gegner weiß man nie wie die so die alle one shoten oder wie millionen health points haben dann ist doof ja gut immerhin 20 schaden 52 damage ok ok drauf noch einen jetzt sollten wir es auch haben yes 240 xp für einen gegner cool äh achso ich wollte wo wurde ich hin ich habe vergessen wo ich hin war hier wollte ich hin ok da sind die jungs ja ich weiß nicht irgendwie macht es nicht zu versehen ich könnte natürlich eine attacke irgendwie aufgeben um seine emotion weg zu machen aber warum ich meine ist eine attacke weniger kann er vielleicht einmal mehr noch mal zurückgeben ok nur noch 84 xp ok kann man da wieder was tun nö aber melönchen mmmmmmm yummy konfetti geil ok macht bestimmt leute happy würde ich mal vermuten so und dann da ist nochmal mixtape und noch ein melönchen und noch ein melönchen hm tofu ok ähm ich glaube wir machen hier einfach eine zweite attacke das ist wahrscheinlich besser wenn er angry ist ähm das ist wahrscheinlich besser wenn er angry ist ähm weil ihr früher je mehr schaden wir machen uuuhh critical damage ok weil er kann nicht dagegen attackieren so nochmal melönchen yummy den müssen wir hier wahrscheinlich rum tun ne oh und da oben gibt es noch einen äh ein equipable äh wäh Dial-up is slow! Tofu! Deck again! Everyone's speed fell, okay. Dial-up slows down. 2 damage, ouch! Hm. Ähm. Wie sind wir eigentlich mit Levels? Level 8, okay. Cans, nein, Plum-Choose. Ah, jetzt können wir, äh, wir können hier hoch. Popcorn. Yummy Popcorn. Okay, nichts? Wirklich? Kann irgendeiner von denen was damit tun? Nup! Niemals stört, ne? Partyhütchen. Rubberband. Und was gibt's hier? Donut. Mmm, Donut. Hier geht's bestimmt raus. Oder? Ne. Aber hier winkelt was. Checks. Wir haben so viel Kram. Ach so, wir wollten eigentlich, ähm, irgendwie mal Inventur machen, ne? Juh, cool. Ah, Aubrey kann die nicht nehmen, ne? Dann werden die wieder klar. Okay. Das ist schon ein Grund aus, äh, also um Mori rumzuwerfen. Ah, okay, ist nicht drin. Ah, soll man die dann nicht nehmen, wenn, ähm? Hm. Das wäre ja quasi, äh, okay. Das heißt, man soll die Buchstaben nicht nehmen. Von dem man nicht vermutet, dass sie im Wort drin sind. Puh, okay, das macht's natürlich schwierig. Nochmal ein Dial-Up. Ja, es wird das sein, das, äh, ich glaube es zumindest Zeit. Ist mir zumindest lieber, seit, oder, dann machen die nicht zu viel Schaden. Puff. Okay. Oh, Glück gehabt, okay. Cool. Warum hat's eigentlich auf so nem, ähm, hier geht's wieder raus? Warum hat's auf so nem, ähm, ähm, hier geht's wieder raus? Junker? Was ist ein Junker? Ein Schrottplatz. So viele, äh, Antennenschüsseln. Versteck die Melönchen. Was ist das denn? Käse? Okay. Hm. Das ist Käse! Okay. 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 Hero is stepping up. Everything is your favorite, okay. Daaa. Haha. Okay. Ich frage mich, wie oft wir das noch benutzen werden. Wer ist das? Interesting. Ach, geil. Haha. Super. Oh, okay. Nooo. Großer. Ähm, da gibt's viele sweet hot fans. Oh nooo. Okay. Okay. Oh, das ist nicht nett. Okay. 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 Tv remote. Tv remote. Bauen wir die jetzt gleich. Wie. Nooo. Ah. wir essen und dann vielleicht noch mal speichern wie kann das immer noch der prolog sein sie hier runter do not cross ok 404 ok sie hat es wohl gekrosst ok wir haben wohl ein virus download ich glaub hier können wir wenn wir es attacken all foes ok aber headbutt ist wahrscheinlich besser hat gar nicht mal neu rebound deals damage to all foes ne einfach attack und hat keine vernünftigen skills aber auch attack attack hat 99% ok attack ich glaub wir müssen hier das mal so machen kriegt umuri auch nochmal puff 39 damage dann noch ein stab nochmal 34 damage das ist gut puff 38 damage still hat 99% ok geht es einfach für immer weiter dann dann packieren wir doch einfach mal ich mein wenn wir keinen schaden nehmen dann 53 damage ui 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 modig ich ganz schön ab uuuh 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 Hans Upp uie u U uuuh uuuh ok noch ein crit hit für 50 ok und Thomas ja okay für eine xp run und gun ok Was ist mit Rosa passiert? Was ist bei uns vor? Hehehe Okay Ja Oh, uh, ja das ist tatsächlich nicht gut Hm Awww Da haben wir uns wohl Feinde gemacht Ne, da mach ich gar noch nicht durch Ähm, weil ich erstmal Äh, nochmal nochmal von dem Delicious Chicken essen möchte Ich glaube Ombre hat's nötig Und dann ist da drüben noch ein Mellönchen Und mit diesen komischen Förderbändern kann man ja nicht zurückgehen Ich hab irgendwie Ich hab irgendwie Ich muss hier lang, ne? Snack time Ich hab ja nicht zu viele Skills, ne? Ich müsste mal swappen Sind zu viele equipped Da ist auch noch ein Mellönchen Und ne Toilette Da ist wahrscheinlich wieder Rahmen drin oder so Rain Cloud Okay Warum ist Rahmen im Klo? Ich, ich, hm Okay Haben wir auch Okay Ich muss ehrlich sagen Ich hab auch ein bisschen den Überblick verloren Wo wir schon lang gelaufen sind und wo nicht Aber ich glaub Hier sieht's so aus, als hätten wir alles Ich glaub das ist auch vor wir die, äh, wie heißt sie? Rosa Das Pflänzlchen da gefunden haben So, und dann gehen wir noch mal ein zweiter Ähm Wie viele Clams haben wir eigentlich? 800? Okay Ist so gedacht, dass man so viele von denen aufspart Wahrscheinlich schon, ne? Okay Hier hoch, da rüber Ähm Also speichern sollten wir auch Wir haben ja Die infernalische Download-Window Box überlebt Und dann geht's eins weiter So Wo sind wir hier? Do not cross Gab's hier noch was anderes? Ne, ne? Was haben wir eigentlich mit dem Mit der TV-Remote Changes channels und Okay Ah Bubble Wrap bringt die Fans Okay Äh, ich wär jetzt nicht mit dem Ist das hier wo wir reingekommen sind? Also wir waren hier offensichtlich schon Äh, ich hab schon wieder den Überblick verloren Wir gehen mal nach Ja, ja genau Hier ist der Eingang, oder? Eingang zum Junkyard Hier ist wieder so ein Wormhole Der sucht nach Art Okay Art gefunden Wormhole Alle attacken Alle attacken 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 Der Modi darf auch nochmal Für ein critical damage Zack Zack Und dann Ich kann das haben Gauen wir gerne in zwei Health Points Eingang Ach kommen wir geben zwei Health Points 12 xp Starfruit Soda Wir haben sehr viel Zeug, was ist mit denen? Okay. Die suchen Pluto, okay. Äh, war das nicht der Weg? Achso, das müssen wir hier, scheiß. Durchgehen, okay. Was mit dir? Du freust dich übers Wetter. Space Pirate, dude! Hold it right there! Oh no! Huffhuff, please, lend me your assistance. Okay. Hm? Okay. Tächte... Okay. Ich dachte, sie hätten in diesen Krater gesteckt. Ach, haben sie auch. Hm. 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 Okay. Plutus und Rogue Planet. Okay. Ja, ist kein Planet mehr. Ja. 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 Süß. Hä? Hä? Flutus Faceline. Du solltest vielleicht Planet Express nennen. Okay. Okay. Was kriegen wir? Ach, die Transportation Stations gehen jetzt auf, ne? Ja. Ach, meine Gäste. Little bit! Little bit! Yeah! K-Kalse Yes. Okay, jetzt entt ihr in Operation. 5 von 5, 5 Kerl hatte nicht so Freude dran. Okay. Upsi! Best? Neuer Skill! Und jetzt haben wir Pluto Space Lines. Okay, sind alle voll. Ich speichere nochmal. Nur, dass wir das ganze Geräte nicht nochmal machen müssen. Und dann legen wir ein Mixtape zurück. Und Pluto war hier hinter. Nicht zweimal. Auf zur, äh, piraterischen Boombox. Ups. Cutscene. Cutscene. You kids really did it. Awww. Oh-oh. Uh-oh. Uh-oh. Oh-oh. 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 I have awakened. Okay. One second. Okay. Boss music. Foolish children. Okay. Feeling. Ach ne. Der Arme. Nee. 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 Not the right way. Aber es gibt ein Boss Battle. Hoff ich. Was sind die fünf Stufen der Trauer? Denial, Anger ist zwei? Oder drei? Auw. SpaceX boyfriend. Auw. Okay. Auw. Auw. Also Pluto. Bla bla bla. Hehehe. Fight me! Okay. Boss Battle. Hm. Interessant. Stab. Hm. Ich wünschte ich hätte die... emotional chart irgendwie noch drin im Kopf. Dann könnte ich ihn vielleicht. Okay er hat nichts gemacht. Boah. Sind alles sad. 25 Damage. Okay. Ja wir machen Stab solange es geht. Ui. Autsch. Ui. Haben wir noch einmal? Ne. Haben wir nicht mehr ne. Hm. Wie viel brauchen wir für diese super Dingsbums da? Das Energize bla bla. Aber ich glaube da sparen wir mal dafür auf. Wie jetzt Dab weniger Schaden macht aus der normale Attack. Geht es jetzt? My rage cannot... Okay. Became angry. Angry ist nicht gut. Can no longer become happy or sad. Iii. Autsch. Ich weiß nicht. Ähm. Ähm. Ja. Attack. Ähm. Happy. Attack. Ja. Irgendjemand kann doch neu. Was ist run and gun? Okay. Okay. My arrow attack. Uh. Hero hat doch'n skill. Remove them in emotion. Oh. Ow. Okay. Okay. Äh. Also. Du. Kollege. Brauchst einmal. Einmal Candy glaube ich. Attack. Attack. Nee. Kein skill. Attack. Autsch. Hatten wir es nicht. Achso. Kann ich jetzt nicht nutzen. Weil... Okay. Aua. Aber jetzt sollte sie doch... Viel Schaden für alle, jetzt sollte zumindest das Ding gehen, wenn um Mori dran ist. Ja. Haia! Gah! Enraged, oh oh. Äh, pfff, immer noch so viel. Äh, ich glaube... Popcorn. Ja, Popcorn ist ne gute Sache. Aubrey Attacked. Cal... Ups. Ne. Aubrey Attacked. Cal... Äh, ist für sich auch noch ein Candy. Und... Hero Attacked. Okay. Besser. Okay. Haben alle mehr Hearts. Ähm... Attack. Attack. Und du... Machst mal ne Massage für Aubrey. Mal Depressed klingt irgendwie gar nicht gut. Furious, okay. Ei, 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 ei. Nehmen wir mehr Schaden natürlich jetzt. Ups. Was hab ich jetzt gemacht? Ne, jetzt massiert er sich selber. Quatsch. Au. Nehmen wir mal Trip. Okay. Du machst nicht mehr's Kill. Das ist ja Quatsch. Äh... Chocolate. Chocolate? Haben wir sogar zwei von? Ähm... Chocolate sollte reichen. Na, besser. Au. Yes. Oh. Puh. Mit zwei Half Points. 1500 XP. Okay. Das sollte ein paar... Eye Patch. Okay. Loves. Ja, ist gut, dass wir nicht allzu viele Fights aus dem Weg gegangen sind, sonst war das, ähm... War das wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Jetzt ein bisschen besser. Okay. Captain Spaceboy, okay. Alright. Ein kocher. Okay. Aw. Aw. Oh. Hmm. Ja, schlaf dich mal aus, aber ja, das stimmt. Ja, schlaf dich mal aus, ja, das stimmt. Ja, schlaf dich mal aus, ja, schlaf dich mal aus. Die heißen Pirate Dude und Pirate Buddy. Ja, wir schauen ja. Wir suchen ja Basel. No. Sniff, sniff, sniff. Snohkorn Ticket. Hm? Oh, mit Aubrey. Oh, cool. Ja, ich hoffe wir finden. Hm, arme Aubrey. Okay. Und Snohkorn, okay. Jetzt haben wir ein E, okay. Follow Up Moves Improved, okay. E wird ja bestimmt irgendwo hinkommen, oder? Ja. Nein Keys left. Ja. Hm, okay. Was mit dem? Jetzt eingeschlafen, okay. Ja. 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 Okay, guck. Schlaf ich ganz schön hast. Baste. Die sind schrecklich, die vier. Wir schon mal haben, aber wir haben kein Basel. Oh, Basel. Mit mir geht das wieder und dann, ich hyvin brachte da. Du gehst mir auf ein Elite. Gucken alle mich an. Irgendwie nicht, ne? Spacetube-Food. Mmmmm yummy yummy. Was geht mit dem Ding hier? Snug. So, wir können das Teil jetzt benutzen. Oh, da drüben ist ein riesiger TV und wir haben ein TV-Remote. Hm. Nur, wie kommen wir da hin? Ach, hier. Bestimmt. Okay. Da sind viele Cones. Ja, zu viel machen wir nicht mehr. Ja, genau. Wir müssen jetzt auch, äh... TAKE! Und nochmal Mori! Puff! 37 Schaden, Mann, 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 Mann. Hm, okay. Das sind ja nicht mehr wirklich viele. Ach, da kann man rein. Okay. Ja, wir holen noch dieses Melönchen. Machen diese anderen Cones da unten weg. Und dann, ähm... Und dann machen wir ein Päuschen. Und zwar ein Päuschen für eine Woche, denke ich. Das ist was im Felsen, ne? Ich hoffe, man muss die Dinger nicht... Ich hoffe, man muss die Dinger nicht... das mal wiederkehren, wenn man, ähm... Also, dass die wegbleiben, wenn man... das mal erledigt hat. Wie logisch ist es eigentlich, dass man mit einem... Steak Knife, einem Shiny Knife, ähm... Was mit dem Kollegen... Mit einem Shiny Knife, die... Cones hier zerschnetzelt. Also bei... Irgendwelchem Unkraut verstehe ich das. Der uns angreift, wenn wir ihn haben. Oder sich freut, dass wir ihn befreien. Heize... Hm... Stört ihn scheinbar nicht. That's something hey-der. Okay. Vielleicht stört es ihn doch? Oh... wo ich doch gerade gut ist doch nur wenig fliegen für all die macht doch gar nichts auch ich soll tatsächlich nur mal an diesem auf diese moschner chart gucken vielleicht soll ich ein foto von mann hier ausdrücken bisschen experience zumindest da ist der kollege der zeltet da jetzt fertig okay wir wissen wo es ich weiß es bestimmt nächste woche nicht mehr aber das kriegen hin links so wir essen uns einmal satt da wird einmal gespeichert und dann haben wir ein stündchen von und haben es dann gesehen für heute okay danke euch fürs zuschauen wir sehen uns nächste woche und bis dahin wünsche ich euch viel freude tschüss wir sehen uns